Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kommen Sie zu sich, McKay, es ist wichtig! Kommen Sie schon, welche Waffen haben die gehabt? Ich vermute, welche, mit denen man Pfeile schießen kann Verzeihung, wieso liege ich hier? Ein Pfeil, Rodney, in Ihrem Gluteus Maximus Tja, das klingt schmerzhaft Gluteus Maximus Gluteus Maximus Oh mein Gott! Das ist mein Arsch, nicht wahr? Ja Rufen Sie mich, wenn er wieder da ist Tjalk! Doc! Machen Sie die Tür auf! Tjalk! Karnel O'Neill? Lucy, ich bin zu Hause! Ich bin nicht Lucy! Das weiß ich doch, das war nur eine Anspielung auf einen... Schon gut, mach die Tür auf! Ich rufe die Ärztin Na nein, komm schon, mir geht's gut Ich bin wieder ich selbst Mach jetzt auf! Ich kann nicht sicher sein, dass du du selbst bist Du hast mich Lucy genannt Das darf doch nicht wahr sein Mach endlich die Tür auf! Das Zeug hilft Wir gehen zu Dr. Fraser Die ersten Bilder, die aussahen wie ein Film vom Paradies sind offensichtlich gefälscht und anschließend über die Sonde zu uns geschickt worden Wieso? Vermutlich hat jemand die Absicht, uns neugierig zu machen Ja klar, hatte gleich so ein komisches Gefühl Wow, dieser Kaffee ist gut Hab ich auch gerade gedacht Ja, ist da Zimt drin? Das ist irgendwas anderes Aber nicht schlecht Tjalk? Ist das nicht heiß? Extrem heiß Ist was nicht in Ordnung? Das wüsste ich auch gern Ist es normal, wenn jemand zwei Liter kochend heißen Kaffee trinkt? Oder wie sehen Sie das? Richtig Ich hab noch Ich auch Der Kuchen ist super Ich arbeite gerade an einer Analyse des... Wow Allerdings Der Kuchen hat einen glatt auf Was macht ihn denn so besonders? Sieht aus wie immer Schmeckt auch wie immer Das sind lediglich animierte Figuren, O'Neill Der Kuchen hat Karten für ein Theaterstück Meine Freundinnen und ich reden über viele Dinge Es gibt nur ein Thema, das wir selten diskutieren Unsere Vagina Und ich habe mich gefragt, warum das so ist Warum reden wir so selten über unsere Vagina? Warum sind Arbeit, Kinder, Urlaubspläne akzeptablere Gesprächsthemen als unsere eigene Vagina? Und mir fiel keine Antwort ein Also beschloss ich, es herauszufinden Ich fing an, über die Vagina zu reden Auf der Arbeit, zu Hause, auch im Restaurant Bald fingen auch meine Freundinnen an, über ihre Vagina zu sprechen Und es war nur eine Frage der Zeit, bis es ein heißes Gesprächsthema wurde Egal wo ich war, es ging nur Vagina hier, Vagina da Vagina, Vagina, Vagina Vagina, 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 V